Ich habe wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt. Ich hoffe, diesmal passt es. Ich meine, hab ich gesagt, dass die Szene jetzt ein bisschen auch aussieht, als würden wir gleich auf irgendeiner anderen Plattform unterwegs sein und gleich beginnen wir mit ganz anderen Filmen. Ja gut, das habe ich jetzt gerade, aber... Geil, Mann! Oskar Schweizer. To me! Was war das? Du kennst es. Was bin ich? Nein. Geht gar nicht. Das war schon immer mein miesiger Traum. Paul hat ein Video hochgeladen. Ich rette die Welt einen Tag als Superman. Bisschen Cringer-Titel, aber schauen wir mal rein. Servus, Leute. Mein Name ist Paul Unterentner. Willkommen zum neuen YouTube-Video von meinem Kanal. Ich werde heute einen Tag im Leben von Superman verbringen. Viel Spaß beim Video. Henry Cavill, der Schauspieler von Superman, startet seinen Tag mit Steak. Ah, okay. Er verbringt quasi einen Tag wie... Henry Cavill ist geiler, geiler Typ. Also auf absoluter Kompliment-Basis, Digga. Der schaut richtig gut aus. Wirklich ein echt sehr gut aussehender Mann. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Also mal ganz ehrlich. Real Talk. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Würde ich absolut sagen Smash. Absolut sagen Smash. Also ich glaube, da sagen auch viele Frauen Smash, um ehrlich zu sein. Junge, wie aus Stein gemeißelt der Typ. Bruder, wie viel Sunny Boy könnte man sein? Der schaut aus wie ich in Hübsch mit blauen Augen. Nein, Mann. For real ist echt ein gut aussehender Mann. Bruder, schau dir das mal an. Digga. Digga, 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 Digga. Krasser Kerl. Eiern, Proteinshake mit Oats und Rosmarinwasser. Das werden wir uns jetzt zubereiten. Hier, die Eier machen wir aus Tofu mit Curry, Salz. Was? Achso, der ist ja kein Veganer. Eier, Steak, Oatmeal, Proteinshake. Okay, also Paul isst jetzt quasi wie Henry Cavill, aber er isst nicht wie Henry Cavill, sondern er isst halt einfach dann anstatt Eier quasi Tofu, weil es quasi das gleiche ist. Das werden wir uns jetzt zubereiten. Hier, die Eier machen wir aus Tofu mit Curry, Salz, Pfeffel und ein paar Kräuter. Efeflocken, wenn auch optimal, schmeckt das Ganze noch mehr, das Ei. Dieses Eier hat sogar Chris Bumset beigessen. Also Superman sollte auch auf die vegane Variante umstellen, glaube ich. Dann würde er auch aussehen wie Chris Bumset. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Und dann geht es weiter mit dem Steak. Okay, 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 jetzt verstehe ich. Er will, okay, er macht daraus quasi so Rührei. Okay, I get it. Das haben wir letztens im Supermarkt gekauft. 40 Euro das gute Stück. Man kriegt sich nur auf. Dafür 24 Gramm, Eieres pro 100 Gramm. Da bin ich sehr gespannt. Boah, das riecht auf jeden Fall, ja. Sehr intensiv. Okay, zerfällt leicht. Wisst ihr, was ich letztens gesehen habe, was viel, viel krasserer veganer Steak-Ersatz ist? Lion's Head Mushroom. Oder, nee, 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 nicht Lion's Head. Löwenmähne, glaube ich. So schauen die aus. Sie schauen ein bisschen eklig aus. Aber die kann man in einer Pfanne anbraten. Und dann werden die richtig klein für perfekte Steaks. Da kannst du richtig, richtig, richtig geile Steaks draus machen. Mushroom Steak. Ja, genau. Genau so schauen die Dinger aus. Lion's Main Steaks. Genau so schauen die aus. Zack. Und ich habe das auf Videoformen gesehen. Sage ich euch, wie es ist. Sie sah sehr geil aus. Sehr lecker. Schau mal, auch richtig juicy innen. Generell, so Pilze als Steaks geht ultra gut, Mann. Schau mal, die Konsistenz, weil das so faserig ist. Kann man, könnte ich, würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Die Konsistenz ist schon mal ein bisschen, ja. Ich glaube, wir machen Verschiedenes draus. Nächste ist unser guter Shake. Bisschen Wasser. Bisschen Protein. Ich nehme jetzt mal 30 Gramm, weil eine Sache, kann ich auch mal verraten. Heute gibt es sehr, sehr viel Protein-Wohlwahl. Also ich weiß nicht, wie viele Ausgaben der für Protein-Wohlwahl hat. Er hat sich extra so eine Schmalzlocke vorne reingemacht. Aber das ist auf jeden Fall heftig. Dann ein paar Oats. Bisschen Milch. In der Früh trinkt der gute Herr immer Rosmarinwasser. Ich wollte es eigentlich aus der Apotheke nehmen. Jetzt habe ich es einfach selbst gemacht mit heißem Wasser und Rosmarin. Dann muss man das natürlich abseihen. Und dann ist unser Frühstück fertig. Rosmarinwasser, das habe ich ja auch noch nie gehört. Was ist denn da der Vorteil? Der Mix hat auf jeden Fall gut funktioniert. Don't give the porridge. Und jetzt mal ehrlich, Leute. Wer hat nicht schon mal davon geträumt, einfach einen Tag im Leben vor Superman zu sein? Und heute bin ich. Eigentlich ganz nice. Jetzt das Steak. Natürlich nur mit Ketchup. Mit eher so wie Mischung aus Schweine und Putenfleisch. Aber kann man machen. 40 Euro will ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr davon ausgeben. Aber wenn es 20 gekostet hätte, okay, nehme ich. Aber 40 Euro ist es nicht wert. Nachdem ich gerade ein kleines Handstand-Projekt am Laufen habe. Und Henry Cameron sicher Handstand irgendwie hinbekommt. Oder zumindest Handstand gestützt. Werde ich jetzt auch gleich hier für euch üben. Als Superman. Das war so gut. Der war okay. An der Rückkehr für mich. Das dreht auf der Suche. Deshalb schauen wir da erstmal hin. Und hoffentlich wird langsam was. Weil wir haben, glaube ich, schon 5, 6 Wohnungen besichtigt. Und langsam wird es Zeit, dass wir da was Perfektes finden. Mal schauen, ob es die ist. Lage ist ganz gut. Hier haben wir oben ein Schlafzimmer. Und es sieht auf jeden Fall relativ groß aus. Also auf der Kamera geht es halt nicht so. Aber es ist schon. Jetzt. Bei Paul sind die Sachen halt immer so krass als Vlogs verpackt quasi. Das ist, die Leute, die seinen Content so anschauen, die feiern das wahrscheinlich. Ich jetzt als Mensch, der raufklickt und quasi einen Tag zu Superman sehen will. Brauche jetzt nicht eine Roomtour für eine Wohnung sehen oder so. Aber ja. Jetzt ist es Zeit für eine gute Session. Wir wollen ja auch so stark wie Superman bleiben. Deshalb müssen wir ein bisschen essen. Also eigentlich müssen wir trainieren. Aber wir müssen nach vorne noch mal nach essen. Und was gibt es? Was ist das denn? Eigentlich gibt es noch einen Lunch vor dem Training. Aber wir verlegen es heute ein bisschen nach hinten. Wissen Sie, unser Training wird nach vorne verlegt. Es gibt einfach Amaranth-Joghurt. Halber Cup, Cottage Cheese, 56 Gramm, Protein-Power, Two-Camp, Grapes, Barley, was ist Barley nochmal? Gerste, Sunflower-Seeds, okay. Trauben, ich habe jetzt Heidelberg genommen und Kürbiskerne. Und dazu, wie soll das sein, einen Proteinshake. Einfach wieder 56 Gramm und davon gibt es noch ein paar heute. Also es wird proteinlastig. Eigentlich gibt der Gerste auf seinen Joghurt. Aber ich habe jetzt keine Gerste gehabt, also habe ich einfach das Amaranth genommen. Das Gold der Imker. Testen wir mal Geschmack. Alter, geil. Ich will mal... Das Joghurt ist natürlich gesüßt, aber... Ich will Paul in dem Kostüm endlich sehen. Ich glaube, bis im Training bin ich jetzt auf jeden Fall ready. Zumindest nach dem Shake. Ich glaube, es ist viel los heute, Paul. Schwer zu sagen, warte mal. Heute ist es entspannt. Ah, man kennt es, ne? Der Superman-Blick, den hätte wahrscheinlich der ein oder andere Mann gerne im Gym. Aber nicht nur für die Wand, schätze ich mal. Sondern da würde wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich auch dann, ja, so wie die ein oder andere Leggings-Wand durchgeschoppt werden, um zu gucken, ob die Geräte auf der anderen Seite natürlich besetzt sind. Ich frage mich, ob Paul irgendwann mal Probleme mit seiner Unterlippe bekommt. Ihr müsst mal darauf achten. Also Paul ist immer, wenn ich irgendwie ihn beim Trainieren sehe, macht immer so. Da beißt du dir jedes Mal darauf, wenn du das dein ganzes Leben machst, wirst du das doch irgendwelche Folgen haben. Und dann hast du so Hornhaut unten, weil du immer so raufbeißt. Absolute Maschine, der Paul. Ich wollte alles überraschend schwer, aber das Trägen läuft gut. Ich fühle mich... Oh, scheiße. Hilfe! Hilfe! Bro, das Kostüm schaut real talk. Wenn ich schon in Uniform bin, bewäße ich euch mal meine Superkräfte. Was müssen sich die anderen Leute denken? Zurück in meiner Cover-Modus. Post-Workout-Shake. Die war lustig, die ist ja die mal gut gemacht. Ich glaube auch, also ich bin mir sicher, es gibt ja so einige Männer, zumindest sehe ich das auf TikTok immer wieder, die glaube ich auch so Frauen in so Kostümen geiern. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, also das können ja mal die weiblichen Zuschauerinnen da draußen schreiben. Ob die das so anmachen, ob die das so anmacht, wenn so ein Poderleiter so ein Kostüm trägt, das würde ich mal interessieren. Ich bin mir sicher, dass da manche Frauen draufstehen. Butter, Proteinpulver, Kokosmilch und Maltus. Auch Pauls Freundin, die Camilla kennengelernt auf dem Event bei Sacha Huber, auch sehr, sehr nett, sehr sympathisch. Dextrin. Paul auch absolut, absolut lieber, lieber Typ. Für ein paar Kalbs und ich werde auch gleich meine nächste Mal... Ich könnte nichts Schlechtes über Paul sagen. ...direkt im Anschluss vernichten. Und zwar haben wir Chicken Breast with a side of Curry Sauce, äh, why mix things up when you know that you like roasted potatoes? Okay. Hier zwar kein Curry, sondern Barbecue, aber Baked Potatoes und Chicken. Natürlich veganes Chicken, aber umso geiler. Und da müssen wir jetzt arbeiten. Ich habe ein paar Zeitschriften geschrieben, ein paar Titelfeld gemacht, die müssen kontrolliert werden. Denn als Journalist hat man es oft nicht ganz so einfach. Deswegen schauen wir uns in die Büro und mal schauen, was die Chefin sagt. Ach, dieser Job, der macht mich absolut fertig. Also, Superman ist ja, arbeitet als Journalist, ne? Acht Stunden, die letzten zwei Wochen, jeden Tag geschrieben. Einiges ist zusammengekommen. Ich hoffe, dass er wenigstens diesmal zufrieden ist. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt. Ich hoffe, diesmal passt's. Ja gut. Ich meine, habe ich gesagt, dass die Szene jetzt ein bisschen auch aussieht, als würden wir gleich auf irgendeiner anderen Plattform unterwegs sein und gleich beginnen wir mit ganz anderen Filmen? Ja gut, das habe ich jetzt gerade, aber... Ja. Ich bin aber einfach, ich merke es immer wieder, Chad. Ich bin einfach, ich bin so kaputt. Ich bin so kaputt im Kopf, wirklich. Ihr könnt, wenn ihr denkt, ihr denkt viel zweideutig. Dann nehmt das, was ihr denkt und nehmt es mindestens mal zwei oder mal drei und dann wisst ihr, wie viel zweideutig ich denke. Ich kann, ich bin einfach kaputt im Kopf. Also ich sehe da nichts, was über dem Durchschnitt sein könnte. Oh nein, auch noch so ein Dialog. Oh nein. Nein, das ist... Oh nein. Das musste doch jetzt... Das musste doch jetzt kommen. Also ich sehe da nichts, was da über dem Durchschnitt ist. Also wirklich. Wie kann das sein? Ja, ich weiß nicht. Sie scheinen anders beschäftigt zu sein. Mama, bitte hilf mir. Ich muss hier raus. Sie sind anscheinend mit anderen Dingen beschäftigt. Sie machen das alles bis heute Abend nochmal neu. Hier. Oh, sorry, ich muss weg. Was? Manchmal benutze ich meinen dritten Sinn auch einfach nur, um aus glämpflichen Situationen zu entkommen. Fuck, noch eine Minute, den muss ich erwischen. Scheiße, da braucht mich wirklich wer. Immer langsamer wegzu, Mann. Dankeschön, Sie haben mich gerettet. Komm, lass mich nicht begleiten. Wie wäre es jetzt eine Runde Federball? Ich liebe Federball. Perfekt. Bei was? Also, Digga, ich fühle mich hier ein bisschen wie im falschen Film, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin, bei so einer Mischung aus einem Fitness-Vlog, einem Intro für irgendeinen Erwachsenen-Film oder RTL 3. Oh, jetzt kommt die, jetzt wird die Frage geklärt. Was würdest du lieber, was würdest du, also Paul wurde die Frage gestellt, was würdest du lieber, äh, wo glaubst du, wo würdest du er gewinnen? Was würdest du lieber machen? Irgendwie 30 kleine Kinder unboxen oder 10 Rentner, so nach dem Motto. Und er hat sich für die 30 Kinder entschieden. Bis zum nächsten Mal. Wir sind zurück aus dem Superman-Aufmarsch. Wir müssen essen. Der Superman muss stark bleiben. Deshalb wird jetzt einiges gezaubert. Ich zahle gleich mal. Ich werde nämlich drei Mahlzeiten zusammenlegen für richtig maximale Gangs. Mahlzeit Nummer eins von drei sieht wie folgt aus. Das sind Vollkornnudeln und Bison. Ah, er isst auch Bison, so wie Rock. Bison ist high in Protein and also low in Calories when fettier in Meats. Throw in the fact that you're a natural source of creatine and have yourself, okay, gentlemen. Brown Rice Pasta. Ja, okay, Digga, das sind aber dann auch so diese 0815 Meals, die du bekommst, wenn du irgendwie so Schauspieler-Meals eingibst, glaube ich. Die Sonne ist bei ihm, also eigentlich müsste es Brown Rice Pasta sein, aber keine Ahnung, wo man Brown Rice Pasta bekommt. Das ist einfach Vollkornnudeln mit dem veganen Steak von heute früh. Und dazu, was ich Superman auf jeden Fall auch langsam gönnen sollte, ist eine dicke Ladung Strong. Nicht nur Kreatin am Start, sondern auch Ashwagandha, Magnesium, Zing, Vitamin D, Vitamin K, Perfekt zur Rehneration und Kraft im Training. Ist Ashwagandha in dem Strong drin? Krass. Also ich glaube, ich glaube, das ist kein Schicksal. Natürlich auch meine alle Proteins. Gönne ich mir von Rock Nutrition mit dem Code Paul Sparte immer 10%. Und unbedingt am Wochenende mal aufpassen, da gibt es meistens geile Aktionen. Curry ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wild geworden. Das sieht geil aus und es riecht noch krasser. Curry mit Jasmin, Reiswiss, Tasty Meal. Das ist schon eine Menge. Apple Carbs, okay. Und gut schmecken tut es auch noch. Lock gesagt, approved. Das sind jetzt eigentlich vier Mahlzeiten. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich lege jetzt zwei Proteinshakes zusammen. Das heißt, da kommen ordentlich Scoops rein. Das war jetzt der erste. Das ist der zweite. Ich meine, da kommen noch Greens mit rein. Ich habe jetzt einfach mal Brokkoli genommen. Noch ein bisschen Milch. Lega! Okay, dann schnappen wir uns die letzte Mahlzeit. Also die letzten zwei Mahlzeiten. Paul kann so viel essen, ey. Paul kann so viel essen. Ich habe ja noch vor, mit ihm eventuell ein Video zu drehen, wo ich einen Tag doppelt so viel esse wie er. Ich weiß nicht, ob das machen soll. Der isst ja wirklich wie ein Scheunendrescher. Ansonsten wurde alles fein sauberlich aufgegessen. Dieses Curry, das war Next Level. Ja, das sind Linsen noch übrig geblieben. Die habe ich mir auch dazu gegeben, weil die krass waren. Hier haben wir jetzt Joghurt, bisschen Leinöl. Nicht Gerste, sondern wieder Amaranth. Mandeln, hatte nur geriebene. Bei Paul ist das Kranke, er ernährt sich halt auch so hardcore gesund, ne? Einen ganzen Mandarine. Und hier haben wir jetzt Brokkoli plus einen doppelten Proteinshack drin. Und damit sind wir heute fertig. Es war auf jeden Fall ein krasser Tag. Es war sehr, sehr anstrengend. Wir haben viel erlebt. Ich hoffe, ihr hattet den Spaß bei diesem Video. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Habe mich in der Rolle des Superman sehr, sehr gut wohlgefühlt. Ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, ob ich meine Rolle, meinen Zweck als Superman sehr, sehr gut erfüllt habe. Ansonsten könnt ihr auch gerne weitere Superhände in den Kommentar schreiben, wie ich mal einen Tag, wie die leben sollte. Vielleicht mache ich mir demnächst eine lange Frisur. Und da gibt es eine Thor-Edition. Ansonsten gönne ich mir jetzt erstmal, ich hoffe, ihr habt dem Video schon ein Like gegönnt. Und natürlich auch CodePaulverbandet bei Rocker. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Kuss geht raus. Schaut lieben gerne bei Paul vorbei. Das Video hat auf jeden Fall Unterhaltungspotenzial, sage ich mal. Geiles Ding. Kuss geht raus. Liebe Grüße an Paul.